Lackmacher, Lackmacher, legt er sich selber vor, Finn Lackmacher mit dem 2 zu 0. Was für eine starke Einzleistung von Finn Lackmacher. Da macht er natürlich Eigenwerbung hier erstmal, selbst vorgelegt, dann gegen zwei durchgesetzt. Und dann kommt noch ein dritter, aber er zieht einfach ab ins lange Eck und nichts zu halten. Aber das ist natürlich super. Gegen zwei lässt er sie ins Leere laufen und dann pulminant. Ein Fußballer gefällt natürlich, wie das hier läuft. Jetzt Frenetzi. Und das ist die nächste Chance und das nächste Tor. Finn Lackmacher, lang hat es nicht gedauert und er macht seinen zweiten Treffer. Eiskalt aus drei Metern, Finn Lackmacher nur kurz nach seinem ersten Tor für 60 macht er sein zweites. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.